Ich verbrachte viele glückliche Stunden auf diesen unberührten Stränden, in denen ich die Natur erforschte und darüber nachdachte, wohin mich das Leben führen würde. Ach, da sind Seegel, das ist das Baby und das ist die Mutter. Und das hier sind die Nadeln, die man ausschneidet und dann bleibt nur die Schale. Danach soll man mit einem scharfen Messer das Innere vom Verdauungsapparat säubern. Was bleibt, ist eine Krone aus goldenen Weichteilen, die das Innere der Schale belegen. Glauben Sie mir, wenn Sie auf einen treten, werden Sie es Bescheid wissen. Als Kinder zogen wir uns gegenseitig, ich und meine Freunde, die Nadeln aus den Füßen heraus. Dieses Wasser, diese Steine regenerieren mich jedes Mal. Und wenn ich mich gestresst vom Alltag fühle, packe ich meine Sachen ein und komme zu meinem Wasser, zu meinen Steinen zurück. Entdecken Sie auch eine kleine Ecke in Ihrem Leben. Eine einfache Ecke, die Ihnen das ermöglichen wird, was diese Gegend mir ermöglicht.